Wir zünden jetzt das Portal zum Nähdach. Moin Leute, was geht ab, Playboy am Start und willkommen zu einer Wei- Ha, Stili, mach meine Anmoderation nicht kaputt. Eine Ewigkeit später. Ich werde jetzt das lustiger wird. Ja, es ist eh schon so lustig mit dir, ne, weißt du? Okay, moin Leute, was geht, Playboy am Start und willkommen hier. Zum dritten Part von Minecraft 1.14. Wir waren im zweiten Part im Nether. Im zweiten Part wollen wir noch eine Pause machen. Da haben wir uns auch nicht verabschiedet. Weil wir da noch eine Pause machen wollten. Da haben wir das nicht weiter gemacht. Heute werden wir mal ein bisschen versuchen, unsere Base zu erweiteren Elemente nochmal in den Netter gehen, was wir im vorherigen Part schon gemacht haben. Ah, Stili, du machst es mir nicht einfach, ne. Wir haben den Hacker-Angriff. Ah, das ist mein Haus! Ah! Hilfe, Kuli! Kuli, Hilfe! Er hat einen Schwanz auf mein Dach gewonnen. Bakterien sind wasserscheu. Nicht du, Stili! Hör auf! Auf! Direkt, direkt! Aua! 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 Stili! Ja, Leute! Das tut die machen, mit einer war ich eigentlich. Ähääh! Fabri-Klan, komm mal her! Ja, ich hole dich, sag jetzt dein Equipment. Auf, komm, wir müssen mal uns was reporten. So. Ähm, wir sind jetzt auf der Suche nach ein bisschen Quarz. Denn Fabri-Klan, der sympathische unter uns, will mit mir eine Villa bauen, habe ich gehört. Und ich bin der Lustiger unter uns! Ja. Ja. So, also, das erste Quarz. Oh Gott, wir haben direkt eine Festung. Ah, Bombe! Oh, Quatsch. Ich habe eine Idee. So. Ich gehe hier runter. Komm mir nach. Ja, ich komme mir nach. Ich habe schon mal closed. So, da sind wir. So, geh mal weg hier. Jo. So. Ich, ich traue mich nicht fast. Ich habe es, ich habe das letzte Mal gemacht und es hat keinen interessiert von dem her. Ich stimmt, keine Art, wie kommt du heute gesichert. Äh. Ich weiß schon. So, jetzt hier. Oh. Ja, was bringt ein Wasser im Nether? So stimmt, so schmilzt es auch so. Wasser schmilzt. In die wievielte Klasse gehst du jetzt, Deli? Privat. Privat. Okay. Ja, man kann es aber ja ahnen. Private Klasse. Was? Was? In welchen Klasse gehst du? Sag ungefähr, schätze dich mal ein. Hey. Okay. Komm, ich bin nicht auf der Festung. Und das war mega leicht. Hä, wieso bist du runtergesprungen? Not. Pias, Eisen. Ich bin jetzt auch. Ah, perfekt. Oh, du. Äh, was ist denn das Rote-Beet? Keine Ahnung. Nether-Warten. Das ist doch nicht. Nether-Warten, die brauche ich. Die brauchen wir alle. Mit ein bisschen, ähm, Soul-Sand noch. Da können wir die züchten. Was können wir züchten? Wir können nicht erwarten. Also das Lote, das können wir zu Hause züchten in der Oberwelt. Das ist die Idee. Ich würde vorsichtig sein. Laborin. Das wird kritisch. Ich weiß schon, ich weiß schon genauer Schick-Background-Musik, ich da rein mache. Ich habe einen Spanner gefunden. Hier sind die Lohn, 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 Lohn. So, komm her, Stili. Komm vor, komm zu mir. Die sind sicher. Okay, wir gehen jetzt vor. Die machen wir das. Wir bauen uns an die Seiten. Hallo. Ähm, ja gut. Oh. Oh. Wir können jetzt einfach draufrushen, wenn du willst. Jawohl. Kann nicht jobben. Erst, Stili. Ja, hast du Heilzeug. Jawohl. Okay, ich gehe da jetzt rein, okay? Ich will nicht damit. Ich bin dann auch. Ha, die treffen einfach nichts. Ich habe eine Lohn-Route. Danke. Ich würde abhauen an deiner Stelle. Halt, ich habe hier einen Bogen, stimmt. Woher? Vom Spawn, äh, von ein paar Skeletten. Ja, dann ist das ja voll easy. Ah, da vorne ist der Spawner. Steal ist in der Stelle wieder auf K. So, ohne dass mich diese Blazes hier sehen, werde ich den Spawner abbauen. Und dann möchte ich einfach... Abhauen. Ist ja ein guter Plan, oder? Ja, no risk, nur von 3, 2, 1, go. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott. Oh. Hallo? 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 Ja, Stealy, auch mal wieder da. Was? Stealy, du bist auch wieder da. Ich habe es nicht rausgeschnitten, ich habe es gerade den Spawner zerstört. Schnell. X-Vozy. Du machst so, Brikbrrr, Brik. Oh, ging zu best. Mein Internet ist... Stefa? Ja? Also, ich hoffe, dass du... Schnauze... Nee, ich mache da raus... Schnauze, look. Nein. So. Ähm. Hä? Mancher ist doch gar nicht mehr gebannt auf meinen Server. Hä? Ich kann nicht drauf. Äh, wir nehmen grad auf, ne? Wir nehmen grad auf. Ach, stimmt. Das ist jetzt keine so gute Idee, über Discord-Bunds zu sprechen. So. Hallo, mein Gott. Wo ist denn das Portal? Denke ich mir auch. Ich suche sehr dauernd. Ohne Portal wird schlimm. Und das ist kein Ding. Ich weiß, wie wir es finden. Komm mit. So, komm ins Portal. Egal. Das war's mit diesem Part von Minecraft 1.14. Jetzt sind die nächste Parts kommt in einer Woche nach meinem RoboCraft Video. Seid gespannt. Haut rein. Und ciao.